Was ist der momentane Führende auf der Rangliste der Kategorie International, ob es bleiben wird? Der Teilnehmer ist Andi Scherrer. Andi Scherrer fliegt die Zwift 5,8 Meter mit 19 Kilogramm Gewicht. Wir wünschen Andi viel Glück, gutes Gelingen und wir freuen uns auf eine schöne Darbietung. Wir wünschen Andi Scherrer. Wir wünschen Andi Scherrer. Und nun ist Andi Scherrer gestartet. Wir wünschen Andi Scherrer. 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 Vielen Dank. 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 Andi, bravo.